Das ist hier Bardo, ein Slavenstorf. Früher waren die Slaven auch betrieben hier. Vielleicht wurden sie hier vertrieben von den Germanen, wer weiß. Das jedenfalls ist Bardo am 3. November 2012. Große Halle. Guck mal hier auf den Teich sogar. Bardo. Hier Konzernhaus. Privatgrundstück steht sogar dran. Darf mal nicht rauf. Da hinten wahrscheinlich auch nicht längs. Hier Gutshof. Alles da nach prächtiger Bauweise. Wir fahren in Richtung Hützow. Ebenfalls Slawisches Dorf. Hier noch Bardo. Spargel, Äpfel, Erdbeeren und Tomaten. Klasse. Hier ein bisschen mächtig alles. Unser Flusspunkbesitz wahrscheinlich. Das wärs dann auch. Und Schütz. Und Schütz. Hier ist ein bisschen. Die Schütz.